Boah, hab ich noch irgendwie Süßigkeiten? Nee, ich hab ein Eis, aber das kann ich ja jetzt hier nicht vernaschen. Wär ein bisschen blöd, wenn ich jetzt eben bei hier so ein Cookie-Dough-Eis esse, weißt du? Ich hole mal kurz mein Eis, bin sofort wieder da. John steht mitten auf der Autobahn, vielleicht wäre er da. Halten fest? Ich bin ein LKW-Fahrer und ich esse jetzt ein Cookie-Dough-Eis, während ich LKW fahre. Er lenkt mit den Knien. Ähm, mit dem Ellbogen. Ich lenke mit Hoffnung. Oh, Schütt. Eng! Oh! Oh! Oh!